hier liegt eine waffe alter ich seh denjenigen bei c capturing den auch ich hab mich selbst ausgeschaltet ich warte ich warte hier egal ich hatte eh keine muni mehr pass auf dem boot ist da ja ja ist klar ja der panzer hat hinter die steine geschossen pass auf wir spawnen jetzt alle bei e und dann laufen wir zu d rüber und holen uns unser haus ich kann aber erst in sieben sekunden spawnen ich kann gerade gar nicht spawnen das macht nichts ich hab ein panzer ne weil sie ja ich kann überhaupt nichts bund ich bin bei ich kann nichts von weil es verpackt nach dann hast du den back den letzten thomas hat ja da muss einmal escape drücken ah ok und dann gehst du auf wir zoom und dann geht es wieder wo hast du noch da kommen welche zu dir die zwei habe ich schon abgeknockt ach cool willst du rein ja ja gute sache na bleib da stehen mensch bin drehen ja geil einmal reingeschossen sofort ein paar kills geil geile scheiße ja dafür kriegst aber gerade richtig einer auf den sack hier ne so ab zu d jo sag mal frostbite engine willst mich eigentlich heute verarschen wo alter der war aber böse der war aber zu d oh oh ich steck jetzt hier aus hallo hier ist doch gar nichts da ist eine heli wo wo hier sind viele alter ja erlebt denn von euch noch einer die ist gerade eingenommen wir können direkt bei die spawnen ja geil und da bin ich schon übertreib 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 es genau komm ich denn jetzt hier raus ja hab schon wieder den pack gehabt ja ja das passiert leider dir auch schon ein paar mal alter irgendwie ist die frostbite engine noch lange nicht so wie ich sie mir vorgestellt habe dachte man kann wirklich über alles kaputt machen also ich bin jetzt hier oben ok hol noch eben eh zurück ja geht schon wir sind aber zwei helikopter ich habe zwar beiden einen haufen schuss da reingesetzt aber das war es dann wohl boah alter was ist denn das engine funktioniert es immer bitte oh oh heli 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 komm dreh dich dreh dich dreh dich panzer so ich komme jetzt zu c halt aus bin tot ja ist er aber es lebt noch einer von uns da oben ja oder auch nicht mehr hallo gegner das ist meine sagenhafte kd von 2.11 also ich spawne bei d komm alter steck aus dem verfluchten panzer aus warte ich habe gerade noch einen gekillt jetzt lass mich auch mal meinen panzer spaß haben wow ich werde beschossen alter und das kann ich auch au so und wo hat er geschossen und wo hat er geschossen junger das war uncool mach das nicht nochmal oh oh uncool 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 wow ich bin tot egal ja ich lebe dafür noch das hat sich für die punkte aber gewohnt so tomtatz was brauchst du sani oder munition doch mal ich moment gar nichts oh mx4 kompensator habe ich jetzt ok gewonnen ja genau aufzug 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 abweite ja aber ich bin dafür tot habt ihr doch früh genug bescheid gesagt ich habe ja noch ich habe ja noch eine granate reingeschmissen mit der scheiß dinge kannst du nämlich nicht mehr schießen ohne dass da irgendein fluggerät da ist das ist ein bisschen scheiße oh scheiße wo bin ich denn jetzt diese munitionsausrüstungswaffe die man als allererst hat die ist so fucking geil trifft sowas von scheiße präzise weg mich am sack zapp 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 bau oh ich werde angesniped ohjoh ich schieße einfach mal da drauf und ich habe direkt jemanden killt ja chill chill ach du auch jo Wir sollen plötzlich da stehen, ne? Aber hast du gehört? Ich war im Abzug. Ich war auch im Abzug. So, Alter. Eli. Eli. Ich hab ihn nicht bekommen. Scheiße. Ich hab ihn getroffen. Warte. Nicht. Scheiße. Weg ist er. Die springen alle runter. Ich bin tot. Oh Gott. Tot. Fuck it. Ich bin tot. Redi. Überlebe fünf Sekunden. Nein. Aua. Alter. Da ist noch einer von uns am Squad. Ich hab schon wieder den Bug. Ja, ja, das hatte ich gestern ein paar Mal. Alter. Mhm. Ah. Thomas. 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 Wo seid ihr denn? Upsala. Oh, oh. Seid ihr bei T? Bohohoho. Ausgegangen. Gleich wieder tot, Alter. Respekt. Nicht schlecht. Wir sollten eventuell... Sollen wir mal ganz hinten an der Base sein und dann E nehmen? Nee. Wir... Wir... Wir konzentrieren uns wieder hier drauf. Ja. Scheiße. Der Tod, Mann. Hurensohn. Oh, Zaster. Deine Mutter fickt dich, du Pflaster. Was? Die stehe im Aufzug. Ah, ihr auch. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Boah, diese Bastarde, Alter. Hahaha. Alter, jetzt machen die genau den gleichen Scheiß wie wir. Freddy? Ja? Hele klar machen. Habe ich schon. Scheiße, da kommen die hier rein. Ich bin drin. Komm, willst du ein Bildchen kaputt machen? Wenn du gerade hältst, dann ja. Das, äh... Warte, so. Alter, verarschen. Junge, wie schnell bin ich denn jetzt gerade tot? Ich kann... Ich krieg ja nichts mehr auf die Reihe. Juuuuge. Äh, Freddy, du schwimmst, glaube ich, in die verarsche Richtung, oder? Hm, ich bin bei C. B wird eingenommen. Ich bin mit Jets, D, und fahr zu D rüber. Willst du mit? Ja, ja. Ich komm. Wo bist du? Warte. Warte. B wird eingenommen, Leute. Wo bist du mit deinem Scheiß, Skizzi? Ich bin noch hier. Ich seh dich nicht. Ach da. Ab geht's. Da ist einer. Ja. Hast du ihn? Nö. Da ist er im Wasser. Ja, ich bring's mal runter hier. Ja, ich bin tot. Ich krieg ihn nicht. Ich muss auch haben. Was wird das denn jetzt? Ich bin ein Blinde da oben, ey. Ein rutscht grad von meinem Jets gegen uns. Oh, Freddy auch tot. Nee. Ihr könnt bei mir rein, wenn ihr wollt. Ist aber nicht sicher. So, Freddy ist doch tot. Nein, ich bin nicht tot. Ach nee, du bist da. Okay. Diploi. Bin genau hinter dir. Und zwar habe ich noch schnell meine andere Pistole genommen und dann zack. Ganz schnell habe ich ihn weggeballert. Komm, hoch mit uns, oder? Na, erst Capture, erst Capture, weil die spawnen sonst alle wieder hier, die blöden Wichser. Ja. Mach dir das mal, ich hole mal eben B zurück. Ja. Das gibt mir momentan mehr Punkte. Ach, für da hinten. Okay. Wenn du es nicht anders willst, dann... Wow. Ja, komm, schon wieder tot. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Wo ist hier einer? Boah! Ein Schuss, ein Treffer weg. Die Sniper hier, weißt du. Kann ich scheiße eigentlich mit dem Einnehmen hier? Ach guck mal, wer wieder da ist. Mandrax. Hehe. Wo seid ihr denn da? Wer bleibt ja. Ey. Hallo Freddy. Ich weiß, wo der ist, der einnehmen will. Unten. Im Haus drin. Meinst du? Ja. Hab den gerade gesehen. Wollen wir den noch mal fisten, da? Der wird fisten. Der wird fisten. Das ganze Dach ist voll... ...gekleistert. Da ist er. Zwei Stück. Wo seid ihr, Reihstück? Drei. Wo seid ihr? Die kommen aus dem Nichts. Wo seid ihr? Bei E. Die kommen einfach aus dem Nichts. Die Huren Söhne. Ja. Sind aber alle tot. Sind alle tot. Ja. Ist sicher. Also sicher es sein kann, ne? Ja. C wird es schon wieder. Bei D sind auch schon wieder Weltsche. Alter Schwedemann hat ja auch keine zwei Minuten mal Ruhe. Ja. Ja. Was Leute mal so ein Tipp. Stellt das Field of View auf 120. Mhm. Ist das gut? Dann siehst du mir. Ach echt? Na klar. Ich habe auch 70. Wo kann man das denn stellen? Moment. Ich hatte mal kurz. Sonst habe ich hier ein Problem bei Phipps. Nö. Das steht bei mir auch das drin hier. Field of View. Warum kann ich denn jetzt nicht die... Die 150 hat er gesagt, das geht doch an, ey. 120. Ey Leute, ich kann nicht deployen. Oh lol. Okay. Ach ja, da ist die Karte größer. Geil. Ich kann nicht deployen. Alter und so soll man gut spielen können? Never ever, ey. Wieso ist die Karte größer? Die kleine. Wieso kann man doch nicht besser spielen? Da ist ein scheiß Panzer, der mich rum genietet hat. Niemals im Leben kann man so besser schießen. Du siehst mehr. Das ist einfach mehr. Du kannst mehr nach links und rechts gucken. Ach, brauche ich nicht. Stell das wieder um. Oh, das sieht echt ein bisschen scheiße aus. Das ist jetzt von der Optik her. Oh ja. Das sieht aus wie ein Fisch. Äh, Fischerei. Als hättest du ein Fischauge drauf. So, warte mal. So, da bin ich wieder. Ich hab kurz nen Cut gemacht, Thomas, deswegen. Ach so, ja. Bei mir bist du noch mit drauf. Also, Field of View auf 220 ist nicht mein Ding. Aber danke für den Tipp. Ne, das ist irgendwie so Fischaugentechnisch. Ja. Ich stelle es wieder auf 70. You are the Squad Leader. Startst du das Spiel neu? Nö. Ready? Ich hab grad Alter 4 gedrückt. Ah, okay. Weil ich die ganze Zeit Bugs habe. Ich war zum Beispiel im Spiel, hab kurz Escape gedrückt. Zack. Und auf einmal hatte ich wieder die Karte vorne. Also, Start ist das Spiel neu. Wow. Okay. Hat er dich auch weggefestert? Mh, mit C4, Alter. Okay. Nehmen wir uns gerade ziemlich auseinander, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Ja, und bedenkt das schon wieder an der Harvest. Boah. DJ-Handy schon wieder tot. Boah, Alter. Du kannst bei mir joinen. Join bei mir. Join bei mir. Schnell, schnell. Ja, schnell ist gut. 7 Sekunden. Diese verfluchten, vertisches, äh, Drecksschweiß, äh, Arschläger, Frontsniper hier. Das hat auch gar keine Chance, du. Das ist doch nicht normal, Alter. Was ist jetzt? Oh, was ist denn jetzt bei dir? Bei mir ist Schweizer Bild. Du bist gar nicht mehr drin. Hahaha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017